Welche Auswirkung hat eine Organspende auf die Seele im Jenseits, also auf den verstorbenen Menschen im Jenseits? Hat eine Organspende wirklich Auswirkungen auf die Seele im Jenseits? Diese Frage wird ziemlich oft an mich gestellt und ich kann gut verstehen, warum sich Menschen diese Frage stellen. Weil es gibt immer wieder Menschen, die vor Situationen stehen, an denen sie entweder die Organe ihres geliebten verstorbenen Menschen für das Leben anderer Menschen freigeben oder aber weil der im Sterben liegende oder bereits hirntote Mensch eine Verfügung gegeben hat, dass seine Organe von diesem menschlichen Körper für andere Menschen lebenserhaltend zur Verfügung gestellt werden. Es hat sich in den letzten Jahren vieles verändert und viele Menschen haben sich zum Glück mehr für das Jenseitige geöffnet. Damit kommen aber auch immer wieder neue Fragen auf, die unsere Handlungsweise hier als Mensch infrage stellen oder aber völlig hinterfragen. Mein Name ist Susan Freudsheim. Ich bin beweisführendes Medium für Jenseitskontakte, Mentorin, aber auch Autorin verschiedener Bücher. Meine Passion ist Hinterbliebenen zu zeigen, wie sie immer mit ihren Verstorbenen im Kontakt sein können. An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, bei euch bedanken, dass ihr so viele Kommentare und Hinweise, aber auch eure Sichtweisen unter meine Videos schreibt. Ich sehe jeden Kommentar, auch wenn ich nicht die Möglichkeit habe, wirklich jeden noch zu beantworten. Verstößt dein Kommentar gegen meine Regeln oder hast du Links dort reingesetzt, werden diese automatisch gelöscht. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei meinen neuen Mitgliedern in der Community bedanken. Ich freue mich, in der Zukunft mit dir als neues Mitglied zu arbeiten und dich auf deinem Weg mit meinen Vorträgen, mit der Möglichkeit gechannelt, deine Fragen über die geistige Welt beantworten zu lassen, aber auch mit der Möglichkeit, dich in deiner Wahrnehmung zu trainieren, herzlich auf diesem Kanal begrüßen. Alle Informationen dazu findest du im Mitgliederbereich. Aber nun zurück zu diesem Thema. Ich möchte mit dir erst mal das Thema Organspende aus menschlicher Sicht betrachten, um zu verstehen, was in diesem Prozess überhaupt abläuft. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich jetzt als Susan sage, okay, wenn ich sterbe, dann stelle ich meinen Körper, meine Organe, was auch immer, einem anderen Menschen, der vielleicht genau meine Niere braucht, diese zur Verfügung. Das heißt, ich habe einen Organspendeausweis, womit ich selbst verfüge, dass Organe nach meinem Tod verwendet werden. Es gibt aber auch immer wieder Situationen, dass zum Beispiel Hinterbliebene entscheiden müssen, ob denn tatsächlich die Organe ihres geliebten verstorbenen Menschen, der zum Beispiel jetzt im Hirntod liegt, aber nie wieder aufwachen wird, also physisch schon tot ist, ob diese Organe für andere Menschen zur Verfügung gestellt werden können, die vielleicht ganz dringend auf ein Herz warten, auf eine Niere warten oder was auch immer. In solchen Fällen ist dann die Frage, was passiert denn tatsächlich mit dem Mensch? Wenn dieser stirbt, kommt er im Jenseits an und dem fehlt drüben das Herz, dem fehlt drüben die Leber, die Niere, was auch immer? Was passiert also mit der Seele im Jenseits, wenn diese physischen Organe gespendet werden? Aus Sicht der geistigen Welt ist das ein Dienen an anderen Menschen. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, ob der Mensch sowas wirklich gewollt hätte. Es gibt ja Menschen, die ganz klar sagen, nein, also ich, auf keinen Fall wird von mir irgendetwas gespendet. Wobei es hier vielmehr um eine Angst geht, man könnte diesen Menschen frühzeitig ableben lassen, weil irgendwo eine Niere gebraucht wird. Die geistige Welt sagt deutlich, dass du dir in diesem Falle, wenn du jetzt tatsächlich über den Körper, der jetzt nur noch mit den Maschinen aufrechterhalten wird, entscheidest, dass ein Organ an jemand anderem, um dessen Leben zu retten, weitergegeben wird, dann baust du damit kein schlechtes Karma auf. Dann bist du in dieser Entscheidung auch zusammen mit deinem geliebten verstorbenen Menschen. Also du triffst diese Entscheidung nicht alleine. Diese Entscheidung ist immer mit diesem verstorbenen oder mit diesem dann verstorbenen Menschen zusammen. Hat dieser Mensch, der nur noch mit Maschinen körperlich am Leben erhalten wurde, seine Organe gespendet, dann passiert im physischen Leben hier eins. Sie werden diesen Mensch wieder so herrichten, dass er nicht aussieht, als ob er körperlich geplündert wurde. Sondern wenn du danach deinen geliebten verstorbenen Menschen noch sehen möchtest, wird er aussehen, als ob er schläft, wird er aussehen, als ob er gerade gegangen ist und nichts passiert oder nichts entnommen wurde. Aus Sicht der geistigen Welt ist es ein Dienst an der Menschheit. Jetzt nicht unbedingt, wenn man von einem Organ Raub ausgeht. Aber selbst dann ist es auf der anderen Seite wieder ein Dienst für irgendjemand anders, nur aus anderen Beweggründen heraus. Stregst du dich mit dem Wunsch, deine Organe zu spenden und überlegst, wenn du in der geistigen Welt bist, ob dir das als Seele schadet. Oder kommst du irgendwann in eine Situation oder warst vielleicht in einer Situation, dass entweder dein geliebter verstorbener Mensch entschieden hat, seine Organe zu spenden oder musst vielleicht diese Entscheidung treffen, dass Organe gespendet werden, dann sei gewiss, es ist erstens immer im Einklang mit der geistigen Welt, weil es nochmal, es geht in der geistigen Welt ums Dienen. Und in diesem Moment hat dein geliebter verstorbener Mensch oder aber auch in dem Falle du, weil du es mit seiner Zustimmung, ohne dass du es gemerkt hast, freigegeben hast, einen Dienst an der Menschheit erfüllt. Das heißt, du oder dein geliebter verstorbener Mensch hat jemand anderem geholfen, das physische Leben hier weiterführen zu können. In der geistigen Welt fehlt diesem geliebten verstorbenen Mensch, fehlt dieser Seele nichts. Es ist nicht so, dass sie in der geistigen Welt ankommen und dann feststellen, oh, mir fehlt hier in diesem feinstofflichen Körper irgendwie die Niere. Bist du feinstofflich, dann hast du zwar immer noch ein körperliches Gefühl, zumindest am Anfang oder je nach Ebene, aber dieses körperliche Gefühl hat nichts mit unserem physischen Körper zu tun. Das heißt, der physische Körper ist mit dieser Erde, mit diesem Verstand, mit unserer Dimension hier jetzt verbunden. Und es beeinflusst, also diese Entnahme beeinflusst unseren feinstofflichen Körper nicht. Es passiert aber etwas anderes. Dafür, dass ich mich dazu entschieden habe, diesen Schritt zu gehen, und ich habe mich als Seele dann quasi dazu entschieden, selbst wenn ich physisch das nicht mehr tun konnte, weil ich zusammen mit den Hinterbliebenen das entschieden habe, auch wenn die es nicht gemerkt haben, dann habe ich mir in diesem Moment so etwas wie Pluspunkte erschaffen. Das heißt, ich habe mir die Möglichkeit geschenkt, alleine über das Dienen mit meinem dagebliebenen physischen Körper jetzt auch andere Energieebenen in der geistigen Welt zu erreichen. Die geistige Welt, das Jenseits, zeigt mir an, dass es ein schöner Moment ist, seine Organe zu spenden, weil es dienlich ist für jemand anderem und damit dienlich für die Seele, die ja immer bestrebt ist, bewusster zu werden und damit in andere, höhere Energieebenen zu kommen. Bist du also in dieser Situation, dass du entweder entschieden hast, dass Organe von deinem geliebten verstorbenen Menschen gespendet werden, oder hast du die Situation miterlebt, dass dein geliebter verstorbener Mensch seine Organe vorher freigegeben hat und hast dir Sorgen darum gemacht, wie es ihm deshalb jetzt in der geistigen Welt geht, dann wisse, es ist alles gut so, wie es war. Es ist alles richtig so gewesen, wie es war. Weil nun gibt es einen Menschen, der nun mit diesem Organ leben kann und dein geliebter verstorbener Mensch braucht dieses Organ in der geistigen Welt nicht. Ganz im Gegenteil, hat sogar noch etwas Positives gemacht im Sterbenprozess, sodass er jetzt in der geistigen Welt eine andere, höhere Energieebene erreichen konnte. Und noch eins, und noch eins. Natürlich fühlen sich viele Hinterbliebene mit diesen Gedanken unfassbar schuldig oder in der Schuld stehend oder haben ein schlechtes Gewissen. Aber genau das zieht sie runter. Und genau das ermöglicht ihnen dann in diesem Moment nicht, die Zeichen aus dem Jenseits zu erleben, die Möglichkeit, den Hinterbliebenen bei sich zu spüren, der sagt, hey, das war eine super Entscheidung. Also es ist wichtig, dass du weißt, es ist alles gut so, wie es ist. Und deinem Lieblingsmenschen in der geistigen Welt geht es mit dieser Entscheidung richtig gut. Und das ist alles gut.